Ein Großteil der in der Ausstellung versammelten Arbeiten beruht auf Aneignung symbolischer Natur. Das heißt, diese Aneignungen beruhen auf einer Geste der Wiederholung, wobei Ähnlichkeit ein wichtiger Faktor ist, denn nur durch Ähnlichkeit kann quasi das Werk des anderen im eigenen Werk hervorkommen. Der Grad an Ähnlichkeit ist allerdings unterschiedlich stark bemessen. Es können auch nur Versatzstücke vorkommen, wie zum Beispiel im Werk von John Baldessari. John Baldessari formuliert in Double Bill and Matisse eine Art Bilderrätsel, in dem er zwei Versatzstücke aus zwei kanonischen Werken der Kunstgeschichte verwendet und sie mit einem Kommentar versieht, nämlich and Matisse. Bei diesen zwei Versatzstücken handelt es sich um Elemente aus einerseits Henri Matisse, der Tanz, die erste Version, die sich heute im MoMA befindet, und einer der inkunabeln des italienischen Futurismus, Giacomo Ballas, Bewegungsrhythmus eines Hundes an der Leine von 1912. Aus diesen beiden Gemälden entnimmt Baldessari jedoch keine kompletten Figuren, sondern jeweils nur Versatzstücke, das Beinpaar, spiegelverkehrt aus dem Tanz von Matisse und den Hinterteil dieses eigenartig aufgelösten, silhouetierten Hundes aus Ballas Gemälde. Zum einen formuliert John Baldessari mit diesem Gemälde natürlich eine Art Bilderrätsel und thematisiert das Bildgedächtnis, das kollektive Bildgedächtnis, in das sich bestimmte Werke eingeschrieben haben. Zum anderen ging es John Baldessari natürlich auch um so eine Art Aufbrechen von starrten Klischees, in dem man diese beiden Elemente quasi in einer kreativen Kollision aufeinanderprallen lässt.